Hallo zum E-Mobility Update am Dienstag, den 4. Juni. In unserer Sendung geht's heute unter anderem um den überarbeiteten BMW i4, mehr Rabatt für Kia Charge Kunden bei Arab Pals, sowie um den Stellato S9, eine neue elektrische Luxuslimousine aus China. Nach der Entscheidung, die Produktion des Q8 e-tron aus Europa abzuziehen und nach Mexiko zu verlagern, läuft die Suche nach Alternativen für das Audi-Werk in Brüssel. Wie das Handelsblatt Unterberufung auf Verhandlungskreise schreibt, könnte in Brüssel perspektivisch ein großes Elektro-SUV oberhalb des Q8 e-tron gebaut werden. Bislang war angedacht, ein solches Modell im Audi-Werk in Neckarsulm fertigen zu lassen. Doch die zuletzt erhöhte Verbrennernachfrage in Deutschland könnte dazu führen, dass Neckarsulm mit den erneuerten Verbrennermodellen A5 und A7 ausreichend ausgelastet werden könnte. Die Fertigung des großen Luxus-SUV, das gemäß der aktuellen Audi-Namensgebung wohl Q10 e-tron heißen könnte, ist aber nicht die einzige Variante, die derzeit diskutiert wird. Für das Brüsseler Werk stehe auch die Produktion von Batterien und Komponenten für die deutschen Werke im Raum, heißt es in dem Bericht. Audi selbst gab nur an, dass die Nachbelegung im Werk Brüssel bis November geklärt werden soll. Dann findet die traditionelle Planungsrunde des VW-Konzerns statt, bei der die Produktion der einzelnen Modelle auf die Werke für die kommenden fünf Jahre verteilt wird. Klar ist nur, derzeit rechnet sich die Produktion in Brüssel für Audi nicht. Das belgische Werk ist mit einer Kapazität von 120.000 Einheiten der kleinste Produktionsstandort in Europa. Doch die Kapazität wurde zuletzt bei weitem nicht ausgeschöpft. In Brüssel wurden laut Zahlen von Mark Lines in 2023 nur 37.400 Fahrzeuge produziert. Mal sehen, ob es nach dem Q8 e-tron dort besser läuft. Nicht nur der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi ist unter die Autohersteller gegangen, sondern auch sein Rivale Huawei. Dieser hat nun gemeinsam mit seinem Partner Bike den Vorverkauf des Delato S9 gestartet. Die vollelektrische Luxuslimousine soll dem Audi A8 und der S-Klasse von Mercedes-Benz Konkurrenz machen. Mit dem Delato S9 präsentiert das Duo eine stattliche Karosse von mehr als fünf Metern Länge. Um ganz genau zu sein, sind es 5,16 Meter. Der Radstand ist mit 3,05 Meter ebenfalls üppig. Das Modell geht ab August zum Basispreis von 450.000 Yuan in China in den Verkauf. Das sind umgerechnet über 57.000 Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte das Modell womöglich auch nach Deutschland exportiert werden. Ein paar Infos zum Antrieb. Der Delato S9 wird sowohl mit Einzelmotor als auch mit Doppelmotor erhältlich sein. Beide Varianten verwenden einen 227 Kilowatt starken Elektromotor von Huawei an der Hinterachse. Bei der Version mit zwei Motoren kommt an der Vorderachse ein zusätzlicher Motor mit einer Leistung von etwa 158 Kilowatt zum Einsatz. Zu den Batteriekapazitäten gibt es noch keine Angaben, aber die maximale Reichweite soll laut Hersteller über 800 Kilometer betragen. Dieser Wert gilt vermutlich für die Version mit einem Motor. Das Elektroauto verfügt über eine umklappbare Armlehne für die Rückbank, die den S9 zu einem Viersitzer macht. Hinter der umklappbaren Armlehne befindet sich eine Tür, die höchstwahrscheinlich einen Kühlschrank beherbergt und für die Frontpassagiere gibt es offenbar Unterhaltungsbildschirme. Genauere Details sind noch nicht bekannt. Chinesische Berichte stützen sich bisher auf Fotos des Herstellers. BMW hat in Deutschland die Bestellungen für den überarbeiteten i4 geöffnet. Die Preise liegen um rund 1.000 Euro über denen des Vorgängers. Das Basismodell i4 eDrive 35 ist künftig ab 57.500 Euro erhältlich und damit die einzige Antriebsvariante unter 60.000 Euro. Der 250 Kilowatt starke Heckantrieb namens i4 eDrive 40 mit der größeren Batterie liegt mit 60.500 Euro nun etwas über dieser Marke. Interessant bei beiden Varianten. Der eDrive 35 ist glatte 1.000 Euro teurer geworden, während BMW beim 40er nur 700 Euro aufgeschlagen hat. Wer noch mehr Leistung haben will, muss entsprechend noch mehr zahlen. Die 295 kW starke Allrad-Version i4 eDrive 40 kostet mindestens 64.000 Euro. Das Topmodell i4 eDrive 50 eDrive mit seinen 400 Kilowatt in der Spitze startet bei 72.100 Euro. Abgesehen vom neuen i4 eDrive 40 gibt es bei der Antriebstechnik mit dem Facelift keine Änderungen. Die jeweiligen WLTP-Reichweiten sind jedoch neu, weichen allerdings nur um wenige Kilometer vom alten Wert ab und dürften somit im Alltag kaum zu spüren sein. Da bei dem Facelift die Frontpartie leicht geändert wurde, ist die Aerodynamik minimal besser. Eine Neuerung gibt es aber zumindest auf dem Papier. BMW gibt bei seinen Elektromodellen in den technischen Daten jetzt auch den Autobahnverbrauch bei 130 kmh an. Im Falle des i4 eDrive 35 sind das 22,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was rechnerisch eine Autobahnreichweite von 298 Kilometern ergibt. Die meisten Änderungen sind jedoch optisch in der Natur oder bei der Ausstattung zu finden. Die Frontscheinwerfer, die BMW-Niere und auch die Rückleuchten wurden angepasst. Am Heck gibt es auch ein Laserlicht als Sonderausstattung. Kia Deutschland bietet für Kunden des Ladedienstes Kia Charge jetzt bessere Konditionen bei der Nutzung der Hochleistungsladepunkte von Aral. Sie erhalten ab sofort bis zu 50% Rabatt auf den Strompreis. Die Kilowattstunde ist somit schon ab 39 Cent zu haben. Aber Moment mal, Ladepreise von 39 Cent pro Kilowattstunde an Schnellladepunkten klingen überaus attraktiv und deshalb gibt es auch bei Kia Charge einen Haken. Denn die günstigen Preise pro Kilowattstunde bekommen nur Kunden, die dafür auch eine monatliche Grundgebühr zahlen. Und um die 50% Rabatt zu bekommen, sind das immerhin 9,99 Euro pro Monat. Dieses Paket nennt sich Aralpals Premium. Das gab es auch schon vorher, allerdings für 11,99 Euro monatlich, um 45% Nachlass zu erhalten. Alternativ gibt es auch ein Leitpaket für 4,99 Euro pro Monat statt bisher 5,99 Euro. Es bietet 35% Nachlass auf den üblichen Kilowattstundenpreis. Bisher waren es nur 30%. Beide Pakete sind also nun bei der monatlichen Grundgebühr günstiger geworden und bieten einen höheren Nachlass. Diese Rabatte beziehen sich auf den Preis von 77 Cent pro Kilowattstunde. Den Kia Charge-Abonnenten im Basistarif Easy ohne Grundgebühr für das Laden bei Aralpals zahlen. Das ist bereits 2 Cent günstiger als die 79 Cent, die Aral sonst für seine Ad-Hoc-Kunden aufruft. Somit rechnet sich der Leittarif schon ab monatlich 19 Kilowattstunden bei Aralpals, der Premium-Tarif ab 26 Kilowattstunden. Bei einem batterieelektrischen Kia sollten die 26 Kilowattstunden wohl ab dem ersten Ladevorgang erreicht werden. Die Investition in die monatliche Grundgebühr lohnt sich also recht schnell. Wann kommen endlich günstige Elektroautos aus Europa? Jetzt! Der wohl erste europäische Preis-Leistungskracher ist der Citroën EC3. Unser Autor Robin Engelhardt hat dem Stromer bereits auf den Zahn gefühlt und einen ausführlichen Testbericht geschrieben, den Sie nun auf unserer Website elektriff.net finden. Robin findet das E-Auto durchaus erstwagentauglich, wenn auch Fragezeichen hinter der Wintertauglichkeit stehen und Hartplastik den Innenraum dominiert. Springen wir hinein in eine kurze Leseprobe. Auf den ersten Blick möchte man sagen, Liebling, ich habe den Avenger geschrumpft. Optisch ist der Citroën EC3 nämlich seinem Konzernbruder sehr ähnlich. Kompakte Grundfläche, dafür recht hoch, kantiges Design und peppige Farben. Neben dem langweiligen Standard schwarz-weiß-grau einerlei gibt es ein hübsches Babyblau und ein knalliges Rot. Die Ähnlichkeit kommt nicht von ungefähr, denn der EC3 ist quasi die nächste Evolutionsstufe von Jeep Avenger, Opel Mocker und Co. Das Infotainment hat den bekannten Stellantis-Look und vom Gangwallhebel bis zur Mittelkonsole kommt alles aus dem Konzernregal. Die Verarbeitungsqualität ist trotz des deutlich niedrigeren Preises weitgehend gleich geblieben. Viel Hartplastik, dieses aber sauber verarbeitet, immer noch zu viele Glossy-Oberflächen und etwas mehr Stoffbezüge. Soviel also zur Leseprobe, den kompletten Fahrbericht zum Citroën EC3 finden Sie auf unserer Website electriff.net. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann spendieren Sie uns doch ein Like oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Und wenn Sie sehen, sehen wir uns morgen wieder.